1Live Domian Das 1Live Talk Radio 0800 5678 111 Im WDR Fernsehen und bei 1Live 0800 5678 111 1Live So ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Lustobjekte. Welche Dinge bereiten euch besonders viel Spaß und bereiten euch besonders viel Freude? Also das kann natürlich erstmal die große Palette des Sexspielzeugs sein, aber es kann zum Beispiel auch ein Auto sein oder ihr könnt es auch selbst sein. Vielleicht empfindet ihr euch als Lustobjekt und findet es entweder beschissen oder ihr findet es sogar grandios und inszeniert euch selbst auch als Lustobjekt. Oder vielleicht kennt ihr jemanden in eurer Nachbarschaft, vielleicht eine nette Blondine oder so, die ihr als Lustobjekt empfindet. Und wie geht ihr mit dieser Frau um? Es kann auch Mann sein, umgekehrt. Also Thema Lustobjekte. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111, kostenfrei. Und kostenfrei die Faxnummer auch 0800 5678 110. Ich bin jetzt sehr gespannt. Zum Beispiel auf Stefanie. Und Stefanie ist 27 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Stefanie, Lustobjekte? Ja, Lustobjekte. Mein Freund hätte gerne außer mir auch noch andere Lustobjekte in seinem Bett. Andere? Noch andere Frauen. Also Frauen. Noch andere Frauen außer mir. Ja, da komme ich nicht drauf klar. Da kommst du nicht drauf klar. Kann man ja vielleicht auch verstehen. Wie lange seid ihr beiden denn schon zusammen? Es werden bald zwei Jahre. Ja, also eine relativ solide Anfangszeit. Ja. Und seit wann äußert ihr jetzt diesen Wunsch, dass er da gerne noch ein anderes Mädel hätte? Also es hat irgendwann angefangen, dass ich ein bisschen gemeckert habe, dass der Sex so einseitig war. Also eigentlich so, ja, so zu seinem Gunsten. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bräuchte jetzt nicht irgendwas Spektakuläres so aus dem Fahrstuhl oder Fallschimpfringen oder was auch immer. Und da weiß ich Sex haben, ja, es würden mich auch ganz gewöhnliche Sachen anmachen. Das hast du gesagt, ne? Ja, habe ich gesagt. Ich habe ein bisschen rumgenörgelt, wie das Frauen mal so machen. Sie wollen gerne manchmal tun. Und dann glitt das aber in die andere Schiene ab, dass dann kam, ja, wir können ja auch mal ins Swingerclub und du kannst ja dann auch gerne mal zuschauen. Wir können uns ja auch mal in so einem, es gibt ja so einschlägige Magazine, da können wir ja mal eine Anzeige für dich aufgeben. Da findet sich doch bestimmt jemand für dich. Also speziell für mich, weil ich ja unzufrieden war. Du wolltest ja im Prinzip nur Sex im Aufzug haben und dabei rausgekommen ist jetzt, dass dann eine andere Frau mit in dein Bett soll. Ja, eigentlich schon. Also mit Sex im Aufzug ist er nicht hinterm Ofen herzuholen? Nee, also ich habe gesagt, das könnten auch ganz gewöhnliche Dinge sein, weil ich fand, es wurde immer fader, es wurde immer langweiliger, fand ich. Was ist denn das für ein Sex, den ihr da so habt? Warum ist der so fader? Ist das so Missionarstellung? Fünf Minuten und das war es? Nee, das sind nicht fünf Minuten, das sind schon ganz ausgedehnte Stunden, aber es ist eigentlich nur für ihn da. Ich soll mich um ihn kümmern. Also du sollst ihn nach Stich und Faden verwöhnen? Ja. Und er lässt dich relativ links liegen? Ja, das tut er schon. Ja, und das ging mir ganz schön auf die Nerven und da hatte ich eigentlich keinen Bock drauf. So, jetzt ist da ein großes Problem. Er will eine andere Frau haben. Entweder soll die Frau zu euch nach Hause kommen oder ihr geht in irgendeinen Swingerclub oder sowas. Ja. Oder ihr besucht eine andere Frau und damit kannst du überhaupt gar nicht leben. Das wäre für dich ein Ding. Nee, also ich habe gesagt, das kann ich nicht, also ich kann da nicht zusehen in so einem Swingerclub zum Beispiel. Ich habe gesagt, wenn wir alleine da hingehen würden mit dem Grund, dass wir beiden Sex hätten, das wäre okay. Damit könnte ich mich anfreunden, obwohl mich das auch Überwindung kosten würde, aber ich glaube, das geht bei jedem, geht es jedem so. Könnte man dich denn vielleicht locken mit einem anderen Mann? Ja, das schon, aber ich will das nicht für ihn. Ach, ich will das nicht. Nee, doch nicht. Nee, da zerreißt es mir das Herz. Also das wäre ja nichts, wenn ein netter, knackiger Boy neben deinem Freund dann auch dich verwöhnen würde. Ja, das schon, das könnte ich auf jeden Fall sofort unterschreiben, aber nicht für ihn. Das kann ich für ihn, kann ich mir das nicht zustehen. Nein, also das würde mir das Herz brechen. Also du kannst es dir doch nicht vorstellen, dass es mit ihm zusammen, also dass er da als dritte Person einen Mann hinzunehmt. Also ein Mann auf jeden Fall, aber keine Frau für ihn. Also er soll mit keiner anderen Frau Sex haben. Ja, Moment, nochmal klar. Also wenn er jetzt sagen würde, okay, Stefanie, dann holen wir jetzt einen Mann dazu und ich, dein Freund und dieser fremde Mann, wir machen mit dir dann Sex. Wärst du, Stefanie, damit einverstanden? Damit könnte ich leben, ja, aber würde er die Filmkamera auspacken als mitmachen. Achso, aber das interessiert ihn wahrscheinlich gar nicht so sehr, ne, dass dann als dritter ein Mann dabei ist. Nee, das ist so spektakulär, wäre das für ihn nicht. So wäre das nicht. Also ich hatte ein Angebot mit ihm doch mal nach Polen zu fahren oder nach Litauen oder in die Tschechei oder so. Würde da nicht mal gucken, ob wir da irgendwie so ein junges Mädel abkrasen konnten. Die könnte doch bei mir wohnen. Die könnte doch bei Steffi in die Wohnung ziehen. Da hätte er doch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das sagt er sogar? Ja, das sagt er sogar. Würde er sagt, dass er da irgendeine Frau aufreißen will, die mit dir hernehmen will und die soll bei dir wohnen? Ja, ich dürfte auch mitfahren. Ich dürfte hier ja sogar mit aussuchen. Das ist ja krass. Das ist großzügig, ja? Das ist krass. Also zu sagen, wir gehen mal ins Fingerclub oder wir holen uns irgendjemanden mal für so eine One-Night-Geschichte dazu, ist ja ein Bier. Aber gleich, wenn die andere Frau bei dir wohnen lassen zu wollen, ist natürlich heftig. So, du willst es nicht. Nee. Und jetzt, wie geht es weiter? Ja, es geht weiter, dass der Sex immer langweiliger wird. Mittlerweile hat er mich wohl auf Sexentzug eingestellt und er entzieht sich auch sonst irgendwelchen Aktivitäten. Wir sind eingeladen, ich möchte weggehen. Ich möchte ihn sehen, er soll einfach nur vorbeikommen, weil wir wohnen nicht zusammen. Also das hört sich nicht gut an. Das hört sich schon so an. Ja, wir entfernen uns eigentlich immer mehr. Ja, natürlich. Aber ich kann dich auch verstehen. Man kann niemandem so etwas aufreden. Wenn du da keine Lust zu hast, zu dieser Konstellation mit einer anderen Frau, dann geht es nicht. Punkt aus. Da gibt es nichts zu reden. Und wenn er das nicht akzeptiert, dann ist vielleicht die Liebe auch nicht so solide, dass er auf dich eingeht und den Kompromiss macht. Ja, also für mich ist er schon ein Lustobjekt. Aber auf der anderen Seite... Ja, du offensichtlich nicht für ihn. Offensichtlich nicht für ihn, nee. Definitiv nicht. Und das schmerzt eigentlich jeden. Verstehe. Und weiß ich nicht, wenn man jemandem nicht genügt, das trifft einen schon. Das trifft extrem und ist gerade kein Kompliment für eure Liebe. Also, das war jetzt unsere erste Anruferin, die Stefanie, die noch ein anderes Lustobjekt neben sich dulden soll, das aber nicht möchte. Ich danke für deinen Anruf und wünsche dir in eurer Beziehung, obwohl sie sich nicht gut anhört, trotzdem vielleicht noch eine Chance für die ganze Sache. Ja, ich danke dir. Alles Gute, Stefanie. Ja. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. So, Eli, wenn ihr mit mir auch reden wollt über diverse Lustobjekte, das ist ja nun ein großes Thema. Wir denken natürlich zugegebenermaßen in erster Linie an Sex. Das ist ja auch okay. Da gibt es ja viele Lustbarkeiten, viele Dinge, die einen richtig scharf machen können. Darüber möchte ich mit euch sprechen. Welche Dinge machen euch richtig scharf? Was sind die Lustobjekte? Aber es können auch ganz andere Sachen sein, wie ein Auto zum Beispiel. Das kann ja auch ein extremes Lustobjekt sein oder Kleider oder irgendwelche anderen Gegenstände. Oder vielleicht empfindet ihr euch selbst als Lustobjekt und findet das sogar sehr gut und geht hinaus in die Welt und sagt, hier, Welt, ich bin sehr lustvoll und sehr erotisch und ich will das auch sein. Beißt mal zu, da kommt mir an die Angel. 0800 5678 111. Das ist die Telefonnummer und die Faxnummer 0800 5678 110. Hachtmut, 43 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Hachtmut. Ja, hörst du mich? Ich höre dich wunderbar. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Ich wollte erstmal sagen, dass deine Sendung total klasse ist. Danke. Schöner Einstieg fürs Gespräch. Und erstmal wollte ich dazu sagen, jetzt das Thema moddige Frauen. Ja. Da finde ich, dass das da die Rotdick total knistert. Also sind Lustobjekte für dich mollige Frauen? Ja, die sehr mollig sind. Also sehr mollig sind. Wie mollig müssen die Frauen denn sein? Das ist bei dir an... Ab 100 Kilo. Ab 100 Kilo aufwärts. Genau. Ja. Was findest du denn an molligen Frauen so knisternd, so erotisch? Ja, erstmal sind die irgendwie griffiger. Man kann mit denen alles machen. Die sind nicht so, dass man die zerbrechlich sind. Oder dass man die... Ne? Man kann die so nehmen und rumschmeißen, dann wird das mal so nie drauf. Also du meinst, man kann gut zupacken? Ohne, dass die gleich kreischen und sagen, es tut weh oder so. Ja, richtig. Und die wollen das vielleicht dann ja auch nach deiner Erfahrung? Genau, nach meiner Erfahrung also wollen die manchmal das, ne? Ja. Wie ist denn nach deiner Erfahrung die mollige, etwas voll schlanke Frau im Bett? Ja, ich kann sagen also, dass ich da so weit sehr zufrieden bin, was ich da so an Freundinnen gehabt habe, ne? Hast du denn den Vergleich zwischen sehr schlanken Frauen? Ja, den habe ich gehabt, weil sie eine relativ schlanke Frau oder relativ mufflig ist, ne? Das klingt jetzt sehr schön und auch sehr schmunzelt, aber wirklich die ganz ernsthafte Frage, kann man das so verallgemeinern? Kann man sagen, dass so generell dickere Frauen, weiß ich jetzt, besser im Bett sind und sich mehr gehen lassen können? Kann man das, frage ich? Ja, weil die irgendwie ganz anders sind im Bett. Die sind lustvoller im Bett. Die machen alles mit. Die sind nicht so, dass sie stehen müssen oder so. Also du meinst, man kann es verallgemeinern? Ja, würde ich sagen. Aber wiederum kann man andererseits nicht verallgemeinern und man kann ja nicht sagen, alle dünnen Frauen sind Schlaftabletten im Bett und Mügelbretter, geht da, kann man nicht sagen. Nein, das kann man nicht sagen. Du bist im hohen Alter von 43 Jahren mittlerweile. Hast du schon eine längere Beziehung oder eine längere Beziehung? Ja, ich habe jetzt eine Beziehung von vier Monaten und meine Frau ist jetzt elf Jahre jünger. Elf Jahre jünger und seit vier Monaten bist du mit ihr zusammen und siehst auch eine meulige Frau. Auch eine meulige Frau. Ja, sie ist ungefähr 130 Kilo. 130 Kilo. Wie groß und wie dick bist du? Oder wie viel wiegst du? Also ich wiege jetzt knapp 100 Kilo. Ja, nur auch gerade keine Bohnenstange. Nein, das nicht. Wann hat das denn bei dir angefangen? Kannst du dich an so einen Schlüsselreiz erinnern? Der Schlüsselreiz war da, wo ich hier in der Lehre war damals. Da hatte ich ein Erlebnis. Da hatte ich auch eine Annonce geschrieben, wo eine meulige Frau oder so Männer suchte für dann und wann. Und dann habe ich da jemanden kennengelernt. Da war ich gerade sechs Jahre alt. Und dann ging das die ganze Nacht. Dann ging es die ganze Nacht. Und seitdem weißt du, das ist für mich das Richtige. Dann habe ich auch ein paar dünne Frauen gehabt und das ist nicht so, wie es dann so ist. Nun gibt es, ich könnte schwören, jetzt tausende von Männern, die uns zuschauen und zuhören, die so im Stillen, das sagt man natürlich nicht so nach draußen, aber im Stillen denken die, nee, mir wäre das eklig, so viel Fett und das anzufassen. Ja, das sagen die schon. Das heißt dann auch, dass die lieber eine dünne Frau zum Ausgehen haben wollen, zum Vorzeigen. Dass man sieht, ah, die haben was Süßes, das gut aussieht. Ja. Aber Charakterscheiße. Aber lieber auch eine Mollige. Dann zurückgehen, die dann im Bett wieder besser ist, ne? Achso. Du meinst, so sind die dann gestrippt, die Männer. Ja, genau. Also, ich hoffe, dass deine Frauen gerne Lustobjekte bei dir auch sind. Mhm. Gehe ich aber auch davon aus, wenn jetzt auch da. Warst du denn länger auch schon mal mit einer dicken Frau zusammen? Ja, das längste war so fünf Jahre. Fünf Jahre, na immerhin. Das ist schon ganz, ganz ordentlich. Und dann habe ich auch gemerkt, dass sie dann abnehmen wollte. Umso mehr sie abnahmen, umso launischer. Und auf jeden Fall, die, ne? Ja, das ist ja ein Problem. Es gibt ja schon viele dicke Leute, die gar nicht gerne dick sind, sondern auch abnehmen wollen. Nein, das ist richtig. Das heißt, das wäre bei dir Voraussetzung, ich will eine dicke Frau, die auch dick bleiben will. So möchtest du es? Schon. Auf jeden Fall. Danke für deinen Anruf. Okay. Lustobjekte Frau. Tschüss, Hartmut. Petra ist 20 Jahre alt und hat sich bei mir heute Nacht auch zum Thema Lustobjekte gemeldet. Guten Morgen, Petra. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo, Petra. Und zwar geht es darum, dass die Männer mich als Lustobjekt ansehen. Die Männer sehen dich an. Ah, wie gerne würde ich dich jetzt sehen. Ob die Männer recht haben. Jetzt beschreib uns doch erstmal, wie du aussiehst. Die Maße. Was heißt, ziemlich groß, 1,73 Meter. Ja. Etwas länger als aber die Schulter. Lange, glatte, braune Haare. Also eher dunkelbraun. Wie lange sind die Haare? Etwas länger als aber die Schulter. Etwas länger als die Schulter. Ja. 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 Sie haben grün-grau-gelbe Augen mit einem gelben Schimmer drin. Wow. Ja. Und ich hatte mal so ein kleines Augenbrauen-Piercing, habe ich mir aber jetzt rausgemacht. Ja. Körbchengröße müssen wir jetzt alles wissen, sonst können wir uns das nicht richtig vorstellen. 80b, also normal. Normal, ja. Ja. Also eine durchaus attraktive junge Frau. Ja, ich meine, ohne dass sich das jetzt irgendwie arrogant anhört, aber ich finde mich selber auch ganz okay so. Jetzt sagst du, die Männer sehen dich als Lustobjekt. Ja, genau. Findest du das in Ordnung oder stört dich das? Nee, natürlich nicht. Also wenn ich jetzt in Diskotheken gehe oder in Cafés, die meisten Männer, die schauen mir halt vor den Kopf statt in den Kopf. Ja, aber wie soll man denn in den Kopf gucken? Peter, selbst wenn ich dich in der Disco sehen würde, würde ich dir auch erst mal vor den Kopf gucken. Ja, schon, aber das ist dieses Vorurteil eben. Ich lege auch viel Wert auf mein Äußeres, also ich schminke mich auch und wenn die Männer mich sehen, die denken, dann guck mal, da kommt eine, die ist leicht zu haben, eine Schlampe. Warum machst du dich denn, britzelst du dich dann so auf? Da könnte man erst sagen, du machst gar nichts, damit die Leute dann deine inneren Werte erkunden können und nicht abgelenkt sind von der Schminke und von den Haaren. Ich weiß nicht, ich bin einfach so. Wenn ich weggehe, wenn ich rausgehe, wenn ich shoppen gehe, wenn ich in die Disco gehe, dann muss ich mich einfach fertig machen. Ist da nicht so ein klein bisschen auch der Reiz dabei, dass du es auch provozieren möchtest, dass die Männer dich angucken und ist es nicht schön, auch begehrt zu sein? Ja, doch schon, aber ja. Also auf jeden Fall gibt es auch so ein, wo die Grenze überschritten ist und wo es dich dann nervt. Ja, schon, also es gibt dann auch hin und wieder mal welche, die ich dann kennenlerne, mit denen ich mich dann auch unterhalte, wo ich dann denke, okay, dass die dann mich als Menschen kennenlernen wollen, wo ich mich dann auch mit denen einlasse und wo ich dann hinterher erst, wenn es zu spät ist, merke, dass es ein Fehler war, dass sie dann nur in meinen Körper wollten. Nach außen hin wirkst du sehr feminin wahrscheinlich und sehr attraktiv. Was sind denn deine besten inneren Vorzüge, deine besten Eigenschaften? Jetzt hast du die Chance, das hier zu sagen. Ja, also ich bin eigentlich ziemlich sensibel, treu auch. Ja. Ich merke, dass der mir gegenüber auch treu ist. So wollen wir euch Frauen weiter. Sensibel, treu, finde ich gut. Ja, was fällt mir noch an, du spontan jetzt? Ehrlich wahrscheinlich. Weiß ich jetzt nicht. Na ja, auf jeden Fall viel auf der positiven Seite. Ja, ich habe es auch schon über so eine Datingline versucht, weil da unterhält man sich ja zuerst mit den Leuten. Da spielte das Äußere zuerst erstmal keine Rolle und habe ich schon darüber versucht. Ich habe mich auch echt mit manchen wirklich nett unterhalten, wir haben auch private Mann ausgetauscht und wo man wirklich denkt, okay, der schaut erstmal aufs Innere und dann aufs Äußere. Aber wenn man sich dann mit denen trifft, dann sehen die dann, aha, das ist doch nicht so schlecht und dann kommt die da auch das Gleiche drauf raus. Und die wollen immer nur Sex. Immer nur im Körper, immer nur Sex. Hast du denn schon mal irgendwann in deinen 20 Lebensjahren einen Mann kennengelernt, einen jungen Mann, bei dem das anders abgelaufen ist? Ein einziges Mal. Und warst du mit dem zusammen? Ja, mit dem war ich elf Monate zusammen. Na immerhin, also fast ein Jahr. Fast ein Jahr. Aber ist schon schade. Er ist ein einziges Mal so eine gute Erfahrung gemacht. Ja, leider. Aber ich sage es dann doch nochmal, Petra, und komm darauf zurück, wenn dich das so sehr stört, dass die Leute extrem auf dein Äußeres abfahren, dann könntest du ja eventuell ein bisschen was an dem Äußeren verändern. Möchte ich ja nicht. Ich fühle mich ja so wohl, wie ich bin. Ich könnte zum Beispiel, hört sich zwar ein bisschen blöd an jetzt, aber ich würde nie ungeschminkt auf die Straße gehen. Aber das ist doch albern. Du bist wahrscheinlich auch jemand, der, wenn er den Müll runterträgt, erstmal sich schminkt. Ja. Siehst du? Vielleicht ziehst du deshalb auch nur so eine bestimmte Schicht von Männern an, die du dann hinterher doof findest. Vielleicht fühlst du das ganz andere. Ja, aber er weiß. Ich bin fast sicher, ich kenne dich nicht, ich habe dich jetzt nicht gesehen, dass du auch ein tolles Mädchen bist, attraktiv bist, ohne drei Zentimeter Schminke auf dem Gesicht. Und vielleicht, wenn du mehr so eine Natürlichkeit nach außen stellst, ziehst du eventuell auch andere, vielleicht auch bessere Typen an. Ja, so extrem schminke ich mich ja auch jetzt nicht. Ich bin regelmäßig in Sonnenstudien, ich benutze jetzt kein Make-up, ich schminke regelrecht nur meine Augen und meine Lippen eben. Meine Augenbrauen ziehe ich ein bisschen nach und das war's dann. Aber ich meine, das ist ja schon krass, wenn du sagst, auf die spaßhafte Frage von mir, dass du den Müll nur geschminkt roter trägst, dass du da ernsthaft ja sagst. Ja, ich weiß, vielleicht bin ich in der Beziehung ziemlich eitel. Ich finde nur, dieses Vorurteil stört mich, dass, wie gesagt, in Diskotheken oder in Cafés, wenn die Leute halt jemanden sehen, der hat auch sein Äußeres Licht, dass sie dann sofort sagen, guck mal, da kommt die Schlampe, die Lütze oder was weiß ich jetzt. Wie bist du eigentlich angezogen? Auch sehr knackig, kurze Röcke? Wie bin ich angezogen? Ganz normal, sag ich jetzt mal. Ja, es wird schon... Schwarze Stoffhosen und schwarze Lederherke, etwas längere habe ich meistens an. Also, da ist eine Frau, die attraktiv ist und die Männer fliegen ihr zu und sie findet es nervig und findet, dass sie ein Lustobjekt ist und weiß gar nicht, was sie jetzt machen soll. Ich weiß es dann, außer diesem Ratschlag, den ich ihr gegeben habe, weiß ich es auch ehrlich gesagt nicht, Peter. Auf jeden Fall passt es zum Thema, du fühlst dich als Lustobjekt. Ja, was eigentlich viel schade ist. Und ich wünsche dir so einen Typ, den du da elf Monate hattest, die gibt es nämlich auch, diese Männer, die gibt es auch in Massen. Ich wünsche dir, dass dir so eine über den Weg läuft. Ja, danke. Viel Glück. Danke. Tschüss, Petra. Ja, ciao. Wow. Wow. Ich sehe jetzt gerade etwas auf meinem Monitor, was mich wieder sehr freut. Die nächste Anruferin ist 80 Jahre alt. 80 Jahre und sie heißt Ursula. Guten Morgen. Guten Morgen, Dumia. Guten Morgen, Ursula. Ich habe gewusst, dass du wow oder irgend so was sagst. Ich sehe deine Sendung ja sehr oft. Ja. Und ja, ich wollte dich eigentlich so ein bisschen schockieren jetzt oder was weiß ich oder verlustieren. Bitte. Das Thema heißt Lustobjekte. Und für mich bist du ein Lustobjekt. Nicht für mich persönlich, aber für viele deine Hörer und Hörerinnen. Meinst du? Und außerdem, ja, verkörperst du einfach die Lust, wenn das Thema, ich komme mir ja selber irgendwie komisch vor. Also wenn das Thema Sex streift und dann ziemlich schräge wird und je schräger, desto besser, du wirst immer größer, deine Augen strahlen. Ich finde, ja, es ist tatsächlich mal, wenn ich jung wäre, könnte ich mich in dich verlieben, aber dann müsste ich ja 60 Jahre jünger sein. Naja, 60 Jahre, nun nicht gerade. Ja, naja, schon. Naja. Naja. Aber ist egal. Also für mich bist du ein Lustobjekt. Das habe ich die ganzen Male schon gedacht, wenn das Thema so ein bisschen schräg war. Und das, naja, ich denke mal, du weißt es auch. Naja, also in der Beziehung Lustobjekt, dass ich gerne mich mit solchen Themen beschäftige und darauf abfahre, sowas, meinst du? Du meinst es noch? Ja, das einerseits, das einerseits. Und andererseits ist es tatsächlich so, dass ich von jungen Frauen weiß, deswegen habe ich es überhaupt gemacht, dass ich von jungen Frauen weiß, dass sie sich in dich verguckt haben. Ist das wahr? Ja, das ist tatsächlich wahr. Also die können dich beschreiben, die kennen jedes Hochziehen einer Lippen und Hochziehender Augen und was weiß ich. Du machst dich nicht ganz verlegen. Ich bin nicht ganz toll. Nee, ich weiß gar nicht, dass du schwul bist. Das ist mir ja bekannt, aber das ist dir ganz egal, wenn das Thema Sex ist und zu zweit, zu dritt oder zu vier. Oh Gott, oh Gott, wenn mein Mann das wüsste, aber der ist schon über 20 Jahre tot. Wir waren so harmlos blöde. Was ich hier alles schon gelernt habe. Also ich muss sagen, ich bedauere, dass ich dich davon abprobieren konnte. Also du meinst, was du hier gelernt hast bei uns in der Sendung gehört hast? Ja, ja, genau. Ja, ich aber auch, Ursula, ich auch. Also muss ich dir auch sagen, was man hier für Dinge manchmal hört, da hätte ich auch nie zu träumen von gewagt. Ja, aber du bist sehr, also man sieht es dir wirklich an, wie interessiert du bist und wie du das nach oder mit empfindest, das kann ich noch nicht so genau sagen. Aber dass du dir das vorstellst, nicht? Ja, ich stelle mir das gerne dann immer sehr detailliert vor. Ja, das sieht man. Man sieht es, glaube mir. Man sieht es. Also ich finde das so schön, dass man das auch sieht. Ja, es ist wirklich auch nicht gespielt, das kannst du mir glauben. Ja, das glaube ich auch. Sag mal, wo du nun gerade schon dran bist, ne? Jetzt hast du mir die Komplimente gemacht und ich bin jetzt verlegen und etwas... Ja, ich habe dir das erzählt vom Hocker, wie ich angerufen habe, aber... Ich hoffe, die Schminke verdeckt die Röte im Gesicht. Ach, Ivo, das glaube ich dir ja du nicht, ne? Ursula, was hast du denn für Lustobjekte? Darf ich das fragen? Was habe ich? Was hast du denn für Lustobjekte? So, also außer mir jetzt. Was gibt es da? Ja, da bin ich ja nun schon ewig überweg, über Lustobjekte, ne? Mit 18... Das weiß ich gar nicht mehr, wie das war, wenn ich ganz ehrlich bin. So lange, mein Mann ist schon über 20 Jahre tot und dann war für mich alles gestorben. Ja, wobei du weißt ja, dass ich manchmal sehr ältere Leute habe, die in deinem Alter sind, um die 80 oder so, die mir auch Dinge aus der Sexualität erzählen. Ja, ich finde das auch gut. Warum nicht? Ich finde das auch gut. Ich bin, was das anbetrifft, sehr aufgeregt. Ich bin aufgeschlossen geworden durch deine Sendung, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist sehr schön zu hören. Verstehe ich so vieles und weiß ich so vieles, wo ich vorher überhaupt noch nie was von gehört habe, ne? Aber am meisten amüsere ich mich wirklich über dich. Ich betrachte dich so genau. Jede deiner Gesichtsbewegungen, die werden von mir aufgenommen dann. Ich weiß ja, dass ihr sehr akribisch zuschaut und hier gibt es ja nicht viel zu sehen, außer mir. Aber es ist, glaube ich, so gewollt. Es ist so gewollt, ja, natürlich. Es steht ja im Mittelpunkt und es ist ja so eingerichtet, das Studio, dass wirklich nur du da bist. Genau, hier steht vor mir eine einzige Kamera, die ganz starre steht. Ja, genau so sehe ich das auch. Allerdings muss ich, um es jetzt abzuschwächen oder vielleicht noch auch anders zu sagen, möchte ich dann auch noch sagen, dass ich eben auch schon oft gehört habe, dass sehr traurige Themen da sind und man dir dann auch ansieht, dass es nicht an dir vorbeigeht. Also das ist schon so. Was mich aber sehr wundert ist, ich habe dich auch schon in anderen Sendungen gesehen, wo du mal zu Gast warst oder was. Dann machst du eigentlich einen schüchternen Eindruck. Und das kann ich überhaupt nicht mit dieser Abendsendung so auf einen Nenner bringen, nicht? Also das ist ja interessant, wenn du das jetzt sagst, dass ich da schüchtern bin. Wobei ich ja gerne auch bei Hart Schmidt oder so sehr heftige Dinge erzähle, die hier in der Sendung passiert sind. Ja, schon, aber auch bei dem Rabe. Also du bist ja auch richtig hochgegangen wie da dieses, ich weiß jetzt nicht mehr, was es war, aber es hat ja auch wieder was mit Sex zu tun. Da hast du dich köstlich amüsiert. Und an sich, damals auch bei der Schweigestunde in der Runde, da mit den anderen. Ja, da musste ich ja still sein. Ja, und ja, das ist schon, aber... Aber ich schreibe mir das schon ein bisschen hinter die Ohren, weil du sagst, als erfahrene Dame, du bist da ein bisschen zu schüchtern, da muss ich mal demnächst ein bisschen mehr aufdrehen auch. Ich denke mal, also du wirkst dann etwas verschüchtert. Also wenn einer mit Hella von Sinnen durch die Lande reißt, das passt irgendwie nicht zusammen. Ja, also gegen Hella bin ich natürlich verschüchtert. Wenn wir auftreten gemeinsam, das ist natürlich klar, da ist sie natürlich der Entertain-Star. Ursula! Na ja, bist du jetzt schockiert? Nein, überhaupt nicht. Ich freue mich sehr, dass du sagst. Es ist doch ein Kompliment, was du am Anfang alles gesagt hast. Ja, ich mag dich auch sehr, sonst hätte ich gar nicht angerufen, um dir das mal so zu sagen. Also wirklich. Darf ich dich noch was fragen, was Persönliches? Ja. Du hast gerade so eine Andeutung gemacht, dass du hier so viele, viele Dinge erfährst, gerade im Bereich Sexualität und Erotik, wovon man früher überhaupt sich gar kein Bild hat machen können. Nein. Kommen dir manchmal so Gefühle, dass du denkst, ach schade, dass wir das früher doch nicht so erlebt haben? Ja. Ich bedauere es, dass ich so dämlich war, unerfahren war und auch einen Mann hatte, der sehr unerfahren war und der hat so manches Mal gedacht, naja, ich will das mal ganz grob sagen, dir ist viel durch die Nase gegangen. Ich bedauere. Ja, doch, ich bedauere es. Aber es geht nicht so weit, dass du jetzt neidisch bist auf die jetzigen Generationen, die das so leben. Eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht. Ich bin eine geborene Frohnnatur. Das höre ich schon, ja. Und ich fühle das dann auch mit denen so mit, wenn die dann so erzählen und so einiges verstehe ich allerdings überhaupt nicht und begreife ich auch nicht, was die da so bringen. Aber wenn denn Frauen so von Liebe, von erfüllter Liebe erzählen und ich weiß gar nicht, also... Aber du hast schon viele, viele, viele traurige Geschichten hier gehabt. Ja, das weiß ich, ja, ja. Auch in Sachen Sexualität, dass Frauen eben erzählt, dass sie nie einen Orgasmus erlebt haben, bis ins hohe Alter hinein. Ja, du wirst sehr lachen. Also ich auch nicht. Du auch nicht. Nein. Du auch nicht. Nein. Bis heute nicht. Und dann hat man ja schon oft gehört und gelesen, dass Frauen nicht unbedingt einen Orgasmus brauchen. Ich habe zwei Kinder geboren, aber ich habe noch nie einen Orgasmus gehabt. Dass die wirklich mit Zärtlichkeit und Liebe und so zufrieden sind. Also bei mir war es so. Und die Frauen, die das gesagt haben, es haben ja schon mehrere gesagt, denen muss ich voll bestimmen. Sowas gibt es tatsächlich. Aber ich hätte natürlich auch gerne mal sowas anderes erlebt. Jetzt frage ich dich, was vollkommen indiskret ist. Ja, das ist nicht der Kleiner. Und du kennst mich und wir reden hier ja sehr intim oft miteinander. Und wenn du es nicht beantworten willst, sagst du, nein, Domi, ja, Schluss jetzt. Und dann ist es auch gut. Ja. Wenn du sagst, du bist 80 Jahre alt, dass du noch keinen Orgasmus erlebt hast und du hörst hier immer wieder diese abgefahrenen Sexgeschichten. Ja. Reizt es dich denn nicht, jetzt auch im Alter von 80, dieses Gefühl nochmal zu erleben? Nein. Nein. Ich werde neidisch und bedauere, dass mir sowas nicht wiederfahrend ist. Aber ich hatte einen so guten Mann, der mir alles sonst gegeben hat und ich habe auch während der Ehe nichts vermisst, weil ich auch gar nicht wusste, dass da noch was kommen kann. Nein. Nein. Also das würde ich sagen. Also die Neugier ist nicht da, dass du sagst, ich mache jetzt mal irgendwas, um es zu erfahren. Die Neugier. Jetzt noch. Ja, jetzt noch. Nein. Das nicht. Nein, absolut nicht. Nein, absolut nicht. Das ist gerade so, als wenn Gefühle mit meinem Mann zusammengestorben sind. Ich verstehe. Der war nicht krank oder was, der ist einfach umgefallen und so. Nein. Nein, nein. Also so eine Frage kannst du ruhig stellen, das finde ich ganz in Ordnung. Hätte ich nicht anrufen dürfen, wenn ich da sowas verpasst bin. Ja, genau. Aber diesen Standpunkt kann ich auch verstehen. Dass du das sehr an deinen Mann knüpft und damit war es dann auch beendet, nachdem der Mann verstorben war. Ja, ja. Liebe Ursula, das fand ich sehr schön, dass du angerufen hast und dass du durchgekommen bist und wir haben reden können miteinander. Naja, ich denke schon mal, dass deine Leute, das Team, dass die auch ganz blöd geguckt oder gehört haben, wie ich gesagt habe, ich bin 80 und wollte dann etwas zu dir und über dich sagen. Aber ich sage es immer wieder und meine Leute alle sehen es und empfinden es genauso, dass wir uns immer ausgesprochen freuen, wenn ältere Leute hier anrufen und ich mich dann auch mit älteren Personen hier unterhalten kann. Ja, aber da kann ich ja nicht viel zu sagen, ne? Bitte? Ich kann ja nicht viel zu deinen Lustthemen da sagen. Ja, aber das war schon eine ganze Menge, was du gesagt hast. Ich wünsche dir alles Gute. Hat es dir Spaß gemacht? Ja, sehr, sehr, sehr. Danke schön, dann freue ich mich. Ich wünsche dir alles Gute und hoffe, dass du uns noch viele, viele Jahre treu bist und bleibst. Dankeschön. Alles Gute, Ursula. Danke für dich auch. Auf Wiederhören. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. 1.30 Uhr und 33 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. 1.30 Uhr und 34 Sekunden und 34 Sekunden und 35 Sekunden und 35 Sekunden. 2.30 Uhr und 34 Sekunden und 35 Sekunden. 1.31 Uhr und 38 Sekunden, hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefontalk Stodomian heute Nacht zum Thema Lustobjekte. Ich möchte gerne mit euch reden über eure Lustobjekte. Was findet ihr besonders toll, besonders lustvoll, was macht euch so richtig heiß, was macht euch so richtig scharf, was weckt euer größtes Interesse? Das muss nicht immer etwas mit Sex zu tun haben, hat es natürlich in den meisten Fällen, aber es kann auch irgendetwas anderes sein. Ein Auto zum Beispiel oder sowas. 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110, beides sind kostenfreie Nummern. Wenn ihr mich hier in der Nacht anrufen wollt und euch mit mir unterhalten wollt, hier live in der Sendung im Radio und Fernsehen, das kostet euch nichts. Pia ist jetzt dran. Pia ist 38. Guten Morgen. Ja, hallo Domi, und hier ist die Pia. Ja, Pia. Schön, dass du da bist. Ja, mir geht es also so ähnlich wie dir. Ich bin also auch sehr neugierig, alles was so in Sachen Sex geht. Und habe dann also kurzerhand diese Neugierde zu meinem Beruf gemacht und arbeite in einem Sexshop. Im Sexshop? In einem Sexshop. Ah. Und ich muss also sagen, dass ich eine Dorfpomeranzer bin. In unserem Haus wurde weder Sex praktiziert noch darüber gesprochen. Na, ein bisschen vielleicht schon, sonst wärst du nicht entstanden. Ja, ne, ich bin adoptiert. Ach, du bist adoptiert, achso. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte auch so eine aufgeschlossene Erlebnisse gehabt mit Männern und das ist auch alles ganz prima und positiv verlaufen. Und halt jetzt in diesem Shop, muss ich sagen, es tun sich halt nur ganz neue Welten auf. Du bist Vollzeitangestellte in diesem Sexshop? Ich leite den Shop. Du leitest den? Ich bin für alles zuständig, auch für den Einkauf und für diese ganzen Geschichten. Und du stehst aber auch und bedienst die Leute? Ja, natürlich. Ja, da bist du ja nur an den Lustobjekten hautnah dran. Hautnah, ja. An den Sexspielzeugen, an den Toys, an den Sextoys. Was ist denn das Sexspielzeug, was am besten geht? Ja, Sexspielzeug ist natürlich der Vibrator in allen seinen Variationen und Ausbohrmöglichkeiten. Ja, wird der Vibrator hauptsächlich von Frauen gekauft? Oder von Männern? Ja, nun muss ich sagen, ist ja leider der Kundenzulauf von den Frauen noch nicht so hoch, wie ich ihn gerne reinkomme. Ja, stimmt, stimmt, ja. Klar, aber es ist also so, dass die Männer die auch kaufen und sich auch da ausführlich beraten lassen. Also das ist ein heterosexueller Sexshop? Nö. Gemixt, gemixt, oder? Gemixt, absolut gemixt. Also ich habe sämtliche Fetischbereiche, ich habe sämtliche in Anführungsstrichen abartigen Wünsche, die ich erfülle da in den Kliniksex und Kliciergeschichten und KISM-Geschichten. Also meine Kunden fangen bei 17, 18 an, ich muss wirklich nach dem Ausweis fragen und das ist der Opa, dem ich reinhelfe, der mir von seinen Potenzproblemen erzählt, dem ich weiterhelfen möchte. Aber du kannst ja keine Viagra verkaufen im Shop, das geht ja nicht. Nein, das geht natürlich nicht. Lass uns nochmal die Hitliste ein bisschen vervollständigen. Also ganz oben steht der Vibrator, den kaufen die Männer wahrscheinlich dann hauptsächlich für ihre Frauen. Richtig. Oder auch für sich selbst. Ja, auch natürlich. Für sich selbst auch. Was ist das an zweiter Stelle? Ja, an zweiter Stelle sind die Magazine und Videos. Das ist also der Hauptschlager. Dann die Freiverkaufschen Arzneimittel, Hilfsmittel in Creme, Tropfen und so diese ganzen Geschichten. Ja, was fällt mir ein, so Liebeskugeln zum Beispiel? Ja, das sind alle sehr gängige Artikel, die ich den Frauen und auch den Männern immer sehr ausführlich erkläre auch. Und die dann auch gerne gekauft werden, weil das ist überhaupt für die Frauen der Artikel schlechthin. Die Liebeskugel? Ja. Wie machen die Frauen das denn? Die Frauen zerragen die Kugeln, wenn möglich, den ganzen Tag über. Also einfach mit Gleitkleben einführen. Wie viele Kugeln sind das in der Regel? Ja, in der Regel nimmt man zwei Kugeln. Zwei Kugeln, die sind aneinander, die hängen aneinander. Richtig, genau. Es können auch bis zu vier Kugeln sein, es gibt es auch mit Vibrationen. Aber von den Kugeln allein ist es ja halt so, dass natürlich die Vaginamuskel versucht, das zu halten, die Kugeln, bei jeder Bewegung. Und dass die ganze Bodenbeckenmuskulatur natürlich super entwickelt wird dadurch. Und die Frau ist halt in der Lage, mit diesen Muskeln auch zu arbeiten, auch beim Sex zu arbeiten. Das heißt, das ist ein hervorragendes Training für Frauen, für den Kultus dann hinterher. Natürlich, weil die Frau wird viel orgasmusfähiger. Was kosten denn so gute Liebeskugeln, so normale gute Liebeskugeln? Oh, gute Latexkugeln kosten 20 Mark. 20 Mark. Und dann gibt es auch Kugeln, die noch einen kleinen Motor eingebaut haben. Vibration, ja. Das ist ja ganz schräg. Du hast dann die Kugeln in dir und die vibrieren auch noch. Ja, richtig. Und die tragen die Frauen dann oftmals den ganzen Tag. Ja, richtig. Das heißt also, immer wenn ich so eine Frau treffe, könnte ich überlegen, hat sie jetzt Kugeln, hat sie jetzt keinen. Ja, selbstverständlich, ja klar. Und das ist natürlich, dann könnte ich mir so vorstellen, für die Frau eine permanente, leicht erotisierte Stimmung auch. Selbst wenn du die Kugel ohne Vibration trägst, kommst du also permanent in Stimmung. Im Prinzip bist du als Frau ständig in Erregung. Das heißt also, das sollte jeder Arbeitgeber letztendlich finanzieren, damit die Sekretärin und wer auch immer immer in guter Stimmung ist. Ja, also immer ein Lächeln im Gesicht, klar. Also die gehen gut, sagst du, bei der Frau. Du hast gerade am Anfang so eine Bemerkung gemacht, dass dir da sehr viele seltsame Dinge passieren in diesem Sexshop. Ja. Was zum Beispiel? Erzähl mal. Ja, was ich also schon sehr prägnanter war, ein Kunde, der also wohl einen Riesenschwanz verfügte. Der kaufte also nacheinander im Laufe von mehreren Wochen also alle großen Kondomsorten durch. Kam irgendwann ganz vorlegen an, so von wegen, ja, ob es dann da vielleicht doch was Größeres gäbe. Also, naja, sag ich, kommen Sie mal mit zu dem Regal mit den ganzen Sildos. Sagen Sie mir doch mal bitte, von welcher Größe sprechen wir denn jetzt hier auf? Dann zeig ich den mir auf die 30 Zentimeter. Ja. Da bin ich natürlich zusammengezogen, hab ihn angekogt, den Reflex natürlich unterbunden, ihm auf die Hose zu schauen, klar. Und hab ihm dann eben angeboten, okay, ich telefoniere mal rum, ob ich irgendwas für Sie tun kann. Ja, und konntest du für ihn etwas tun? Nein, also außer Riesengelächter, haha, handelt es sich um Pferd, war natürlich nicht zu bekommen in der Größe. Klar. Aber gibt es denn nicht mittlerweile auch Kondome, soweit ich weiß, ja, auch für sehr gut gewachsene Männer? Ja, selbstverständlich. Aber nicht für 30 Zentimeter? Nein. Es ging ihm auch um den Schutz und er sprach auch darüber, die Kunden vertrauen sich mir auch an, dass es natürlich auch ein Riesenproblem ist, eine Frau zu finden, die mit den 30 Zentimetern was anfangen möchte. Also sind das dann manchmal auch ganz intime Gespräche, die du da führst und ganz persönliche Dinge werden da besprochen, ne? Ja. Da muss man sich auch sehr viel einlesen in die ganzen Themen, da gibt es aber gute Literatur, um auch zu verstehen, was der Kunde mir darüber bringt, um das nachempfinden zu können, um da auch beraten zu können. Also hinlänglich ist ja, könnte ich mir vorstellen, dass die meisten Leute so die Nase rumpfen, ach, das ist eine Verkäuferin im Sexshop. Aber das ist ja dann doch ein sehr anspruchsvoller Beruf. Selbstverständlich. Der sehr ans Substantielle bei manchen Menschen geht, ne? Ja, natürlich. Man muss sehr gut mit denen, man muss sehr empfindsam sein, man muss sehr gut auf die Kunden eingehen können, man muss versuchen eben auch dieses Vertrauen zu weckeln, damit sich der Kunde anvertrauen kann. Aber du konntest jetzt diesen 30 Zentimeter Penismann, den konntest du nur nicht richtig gut bedienen, das ging nicht. Nein, nein, nein. Und der Arme musste von dann gehen? Ja. Er wird wahrscheinlich von einigen Männern beneidet, aber letztendlich ist er nicht beneidenswert, weil er immer Probleme hat, ne? Ja, richtig. Sah man es ihm denn so an? War es irgendwie so ein Tier von Mann, oder? Nein, es war ein ganz schüchterner im mautgrauen Anzug mit Aktenköfferchen und ihm war es eigentlich erstmal furchtbar peinlich, bis es überhaupt mit der Sprache rauskommt. Und du glaubst ihm auch, er hat nicht aufgeschnitten. Nein, nein, ich meine, als er dann nochmal kam, habe ich schon nochmal hingeguckt, klar. Das habe ich mir nicht verknallen können. Das hier mal heißt Lustobjekte. Du bist den ganzen Tag mit Lustobjekten umgeben, eben in deinem Shop, in dem Geschäft. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn man da als Frau arbeitet, dass man da auch manchmal blöd angebaggert wird und selbst zum Lustobjekt wird. Ist das so? Ich sag mal so, es ist also meine Mitarbeiterin schon durch die Bank weg passiert. Die jungen Mädchen im Shop werden nicht ernst genommen. Das habe ich ja die Erfahrung gemacht, es ist nicht sehr gut, wenn zu jungen Frauen drinstehen. Es war was für das Auge, aber die sind wirklich in Gefahr, weil da gibt es dann Übergriffe. Bei mir ist es so, ich mache ganz oft konservativ. Das heißt, ich habe also grundsätzlich keinen Rock und keinen Ausschnitt. Achso, also mit Hosen und Hoch-Anzug, Bluse. Rollkragenpulli oder sowas. Ja, also schon schick auch und schon auf eine gewisse Distanz. Und auch traut sich nicht gleich jeder mich anzusprechen. Aber ich gehe natürlich offen genug auf die Kunden zu, dass sie sich dann schon wissen, dass sie sich mir zumindest in dem Bereich... Meinst du, die Männer haben weniger Scheu zu fragen nach gewissen Einzelheiten, wenn da eine Frau ist? Oder reden die dann doch lieber mit einem Verkäufer? Tja, das ist eigentlich gemischt. Also grundsätzlich würde ich sagen, ist es schon gut, Frauen in so ein Geschäft reinzustecken. Und Männer können da auch mit umgehen, weil man auch flirten kann. Das lockert ja auch. Ja, natürlich. Aber ich habe auch einen Pierster mit drin, der da schon mal mit aushilft. Und das ist halt ein Typ, der auch so redig ins Maul bewachsen ist. So, komm mal mit, Jungs, zeig dir mal was. Das musst du sehen. Das ist doch toll. Das musst du mitnehmen und so. Da führen die so richtige Männergespräche. Da ziehe ich mich dann auch ganz zurück. Also es ist ja ideal besetzt, wenn du da bist in der Pierster. Ja. Ihr habt sicherlich auch im Sortiment diese aufblasbaren Puppen. Ja, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass man da auch sehr eingehende Verkaufsgespräche führen muss. Ich habe mir das mal angeguckt. Die sind ja irre toll, die Dinger. Ja, also bei den einfachen Puppen so bis 200 Mark fragt kein Kunde. Die gucken sich das am Kartonchen aus und nehmen das mit. Und wie teuer sind die teuersten? Ja, die hochwertigen zwischen 800 und 1000 Mark legt man da an. So viel? Ja. Warum sind die so teuer? Die bläst man auf? Die fühlen sich dann wahrscheinlich schön an wie normale Haut? Ja, die sind dann halt aus Latex. Und die Vagina ist elektrisch? Ja, die haben also Vagina, Anuse mit Vibration und dann auch richtige Hände. Die sind dann teilweise auch mit Vibration ausgestattet. Die Köpfe sind anders gearbeitet und es sieht schon toll aus. Wird das oft gekauft? Auch gerade in der hohen Preisklasse? In der hohen Preisklasse seltener. Aber in der bis 200 Mark ist das ein sehr gängiger Artikel. Sehr gängiger Artikel. Sind das eher junge Männer, die das kaufen? Mittleres Alter. Mittleres Alter. Ist ja sehr kurios, wenn man da so eine aufblasbare Puppe im Bett liegen hat. Ja, auch diese Vaginas und so, die es da zu kaufen. Es gibt ja nur Vaginas zu kaufen. Richtig. Seemannsbräute nennt man das. Das ist ja auch sehr schräg. Ja, das ist äußerst schräg. Aber die sind wirklich teilweise so hochwertig und so realistisch, dass man als Frau davorsteht und sagt, wow, ne, ja. Aber ich stelle mir dieses Bild vor, wenn die Männer dann nach Hause kommen und sich mit diesem kleinen Kästchen beschäftigen und ihren Pimmel da reinstecken, das ist doch völlig schräg. Ja, aber guck mal, wenn ich mich als Frau jetzt mit einem Vibrator verwöhne und ich nehme jetzt also zum Beispiel eine Variante, diesen Realistik-Cock, also einer, der wirklich aussieht wie ein Echter, dann habe ich da auch keinen Mann dran. Ich konzentriere mich in dem Moment ja auch nur auf. Ja, du hast doch nicht recht, ja. Nun bist du den ganzen Tag mit so vielen Dingen umgeben. Gibt es auch irgendeinen Gegenstand, der dich auch erotisch interessiert und scharf macht? Ja, eine Menge Dinge natürlich. Ja, was denn? Ja, das sind eben diese ganzen Dildos und Vibratoren. Da guckst du auch gerne noch hin, obwohl du es den ganzen Tag siehst. Ja, also ich bin schon oft gefragt worden, ob mich das abstumpft. Das ist also sicherlich nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Sondern ich bin dann auch so mehr oder weniger in der Dauererrechnung. Das heißt, es kann schon mal sein, dass du dir das neuste Modell, was du gerade reinbekommen hast, auch mal mit nach Hause nimmst. Ja, selbstverständlich. Es ausprobierst, um dann richtig beraten zu können. Ja, natürlich. Trägst du denn jeden Tag auch Liebeskugeln? Ja. Jeden Tag? Ja. Also du hast dann die optimalsten Voraussetzungen für eine Verkäuferin oder eine Leiterin eines Sexshops? Ja, sicher. Ich habe dich auch immer gefragt. Warum nutzen sie das auch? Ja. Ja, selbstverständlich. Also keine Abstumpfung? Nö. Dich interessiert es nach wie vor? Hast du einen festen Pacht, ne? Nö. Du hast keinen festen Pacht. Hast du denn da schon mal jemanden kennengelernt? Du hättest doch diesen 30 Zentimeter Mann anbaggern können. Ja, er hat mich auf so einen Kaffee eingeladen, aber ich habe dann direkt die Standard-Aussage gewählt, also mit Kunden nie. Naja, aber das wäre doch mal ein interessantes Erlebnis gewesen. Ähm, naja, ich mache jetzt nicht, ob ich 30 Zentimeter wählen muss. Hättest du keinen Viberathümer gebraucht. Pia, Pia, das war die Frau, die am nächsten dran ist an den gängigen Lustobjekten unserer Welt. Sie arbeitet in einem Sexshop. Ja. Ich danke für den Anruf. Ja. Alles Gute. Auf Wiederhören. Lars, 28 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo, Lars. Ja, ich habe gesagt, ich habe zwei Aspekte betreffend Lustobjekt. Und zwar ist so der erste Aspekt, ich bin Tantra-Masseur für die Frau. Tantra-Masseur. Jetzt erfahren wir wieder was ganz Neues. Nein. Doch. Komm, nein, komm, Jürgen. Ich weiß nicht, was ein Tantra-Masseur ist. Tantra ist die Kunst des Liebens, die körperliche, kommend aus Asien. Genau. Ist eine Philosophie, kann man schon sagen, eine Erotik-Philosophie. Ja, genau. Ist so ein bisschen aus dem Buddhismus raus. Genau. Geht halt um die Erweckung der Sinne. Genau. Also um die Erweckung, nicht um die Erfüllung. Ja, ja. Also wenn ich schon bei dem Punkt irgendwie, es geht da eigentlich nur um die Erweckung der Geruchsinne und der Geschmackssinne, der Tastsinne, der Massagen. Na ja, und anschließend kann natürlich auch ein bisschen Sex kommen. Na gut. Also jetzt eins an dem anderen. Du bist Tantra-Masseur. Erstmal, wie wird man das? Gibt es da eine Ausbildung? Ja. Es gibt tatsächlich eine Ausbildung. Wer bildet sowas aus? Gehst du da zu den Backwangs oder wer macht das? Nein, nein. Nein, es gibt in Hamburg eine Schule und in Zürich. Und ich habe in Zürich eine Schule besucht und war dann auch noch für zwei Jahre in Sri Lanka gewesen und habe mich dort weitergebildet. Also richtig solide ausgebildet. Ja, richtig solide ausgebildet. So mit, also Tantra und Ayurveda und halt alles sowas dazugehört. Ayurveda wissen wir auch nicht, was es ist. Was heißt das? Ja, also sagen wir mal so, das sind so ganzheitliche Medizin. Verstehe. Ist das dein Hauptberuf? Das ist mein Hauptberuf, ja. Du hast eine eigene Praxis? Nein, ich mache das nur in den Hotels. Ich fliege oder fahre zu den Kunden hin in ganz Deutschland. So, jetzt musst du uns erklären, wie man Tantra massiert. Massierst du die nackten Frauen am Unterleib oder wie? Nein, nein, nein. Also wie gesagt, man soll das nicht mit einem Kamasutra verwechseln. Es geht also nicht nur um Rheinsetz. Nein, es ist zum Beispiel so, so eine Sitzung dauert ungefähr fünf, sechs Stunden. Fünf, sechs Stunden? Ja, genau. Ja, genau. Und man trifft sich dann in der Hotelbar meistens irgendwie und dann gehen wir irgendwie hoch aufs Zimmer und die Frau badet dann erstmal schön im Badewasser mit Rosenblüten und so weiter. Was machst du währenddessen, die Frau badet? Ich richte so den Raum her, das Schlafzimmer, so mit, was weiß ich, 50, 60 Kerzen, mit Ölen, mit ein paar leckeren Sachen zum Essen, so Obst und so weiter. Gehe dann ins Bad und gebe ihr ein Kimono, verbinde ihr die Augen. Ich bin zu dem Zeitpunkt dann auch nur noch im Kimono. Und ja, dann geleite ich sie ins Zimmer. Sie hört also nur noch ein bisschen leise Musik und sieht ja nichts. Und ja, dann gibt es verschiedene Sachen zu riechen, verschiedene Sachen dann halt auf die Lippen zum Probieren. Und dann halt eine Massage, ja, und diese Massage. Das ist eine Ganzkörpermassage? Das ist eine Ganzkörpermassage. Da liegt die Frau auch schon nackt vor dir auf dem Bett? Genau, genau, und ich auch, ja. Du bist dann auch nackt? Ja, ich bin dann auch nackt. Aber sie hat die Augen noch verbunden? Sie hat noch die Augen verbunden, ja. Ja, und dann? Ja, und diese Massage lässt sich halt dann ausweiten, sagen wir mal so. Bei Erstkunden findet also prinzipiell kein Set statt. Und bei Stammkunden natürlich, klar, unentgeltlich. Unentgeltlich heißt das, dass die ganze Massage endet dann in einem Mega-Orgasmus. Wenn du gut massiert hast vorher. Ja, kann man sagen. Aber ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber bist du dann nicht ein besserer oder ein gehobener Krollboll? Ich weiß, das werde ich oft gefragt. Ja, ne? Ja, ja. Ja. Was kostet denn so eine 5-Stunden-Behandlung von dir? Bei dir? Ja, da bin ich also auch ganz variabel. Also ich habe auch Kunden, das sind Studenten. Und da sage ich, okay, 300 Mark-Hunora sind in Ordnung. Und dann halt noch die Reisekosten und Hotel. Oder bei so einer Staatsanwältin in Hamburg, da kann man dann ruhig 1500 Mark verlangen. Da kann man schon mal vielleicht noch 500 drauf. Genau. 2000 geht auch bei dir. Aber du bedienst nur Frauen. Ich bediene nur Frauen. Man kann Männer ja auch sicher Tantra massieren. Ja, kann man auch. Ich habe das bei einem guten Freund von mir probiert, aber irgendwie... Es bringt der Funke da nicht so über. Ja, eben. Warum verbindest du den Frauen, wenn sie aus dem Bad dann rauskommen, wenn das immer das gleiche Ritual ist, die Augen? Damit sie also mehr Bewusstsein oder mehr auf die Geräusche, meinetwegen, hören oder mehr auf die Gerüche oder auf den Geschmack. Also damit sie nicht so abgelenkt werden. Also es ist eine ganz feine Herangehensweise an Erotik und Sexualität. Mit ganz vielen Nuancen, mit Gerüchen und den entsprechenden Geräuschen. Was machst du denn, wenn du dich dann so lange mit einer Frau beschäftigst? Man hat ja nicht unbedingt direkt einen guten Draht oder überhaupt einen Draht zu einer Person, einer Frau. Wenn du eigentlich diese Frau, die du da bedienst, nicht attraktiv findest oder sie riecht nicht, so wie du es gerne haben möchtest, funktioniert das dann überhaupt? Ich sage mal so, ich bin eigentlich in der Lage, dass ich mir die Frauen so weit aussuchen kann. Es findet immer, habe ich vorher noch nicht gesagt, also es findet auch ein Vorgespräch statt von ungefähr einer Dreiviertelstunde. Und wenn ich einfach denke, das ist es nicht und ich schaffe es nicht, die Frau so weit zu bringen, wie ich eigentlich möchte, dann lasse ich es halt auch sein. Dann sage ich halt, es hat wahrscheinlich jetzt noch keinen Sinn oder es ist jetzt noch nicht die richtige Zeit dafür. Hast du richtige Stammkunden? Habe ich ja, also ungefähr so 20 Kunden. 20 Stammkunden. In welchem Alter sind die? Wie groß ist das Altersspektrum? Oh, das Alter 18 bis 36. Bis 36. Und würdest du sagen, dass du sie durch diese, sagen sie, sagen diese Frauen, das vielleicht sogar zu dir, dass sie durch dieses Massieren und durch das ganze Ambiente schon eine ganz neue Form und Dimension der Sexualität erfahren? Ja, auf jeden Fall. Das erlebe ich ja in dem Feedback dann immer wieder. Und die nehmen halt dann auch was mit für die nächsten Tage einfach, weil die nehmen einfach auch den Alltag wieder ganz anders auf. Die hören dann, was weiß ich, irgendwo in der Innenstadt in Düsseldorf, hören sie auf, ah, wieder ein Vogel irgendwie zwitschern oder so. Und denken direkt an dich. Ja, so ungefähr. Aber ich könnte mir denken, dass sich ja die eine oder andere Frau von einem solchen Mann träumt und sie sich in dich verliebt. Gab es das auch schon? Ja, das gibt es natürlich ziemlich oft. Bist du denn in einer festen Beziehung? Nee. Das nicht. Blockst du es ab, wenn Kundinnen sich in dich verlieben? Ja, eigentlich schon. Da ist Job, Job und Schnapsel, Schnapsel, wenn man das so sagt. Ja. Ein Tantra-Masseur, das habe ich auch noch nie gehört. Laris28, danke für deinen Anruf. Bitte, du Mann. Tschüss. Andi, 21 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Schönen guten Morgen. Was hast du uns Gutes zu erzählen in Sachen Lustobjekte? Ja, also ich behaupte einfach mal, dass viele meiner Freunde beziehungsweise viele Leute meine Freundin eben als Lustobjekt ansehen. Warum? Warum? Ist das so ein super, super Schuss, oder? Weiß ich nicht. Also, ja, für mich auf jeden Fall. Ja. Wäre ich jetzt nicht schon über dreieinhalb Jahre mit ihr zusammen, aber ja, mich nervt es ganz einfach, dass, wenn ich mit ihr unterwegs bin und es sind Freunde von mir dabei, jeder irgendwie oder viele davon meine Freunde dann zu suchen anzubaggern, in meinem Beisein. Wie deine Freunde, denn wirklich deine Freunde baggern deine Freundin an, in deinem Beisein sogar? Ja, richtig. Wir sind es aber keine Freunde. Nee, richtig. Aus diesem Grund habe ich auch schon mit mehreren Leuten, mit mehreren Freunden von mir, ja, Streit bekommen und auch die Freundschaft beendet, weil ich das nicht einsehe. Wenn ich nicht dabei bin und die treffen meine Freundin, dann, ja, lass uns doch mal weggehen, lass uns doch mal einen Kaffee trinken, lass uns doch mal dieses, jenes machen. Und alle wissen eigentlich im Prinzip, dass es seit über dreieinhalb Jahren meine Freundin ist und insofern verstehe ich das nicht so ganz und es atet dann bei uns beiden auch oft den Streit aus. Warum? Ja, weil sie, ja, sie ist mehr so der lockere Typ, sie sieht das eigentlich so ganz so eng und... Also sie würde ganz gerne mal einen Kaffee trinken gehen mit dem einen oder anderen Kumpel? Ja, richtig, richtig. Sie sagt, da passiert ja nichts, ist ja alles kein Problem, aber für mich wird es dann irgendwann so ein Problem, weil es auch schon zweimal schief gegangen ist. Ach, da ist sie Kaffee trinken gegangen und dann blieb es nicht bei dem Kaffee trinken. Richtig. Ist natürlich eine Gratwanderung. Einerseits kannst du es auch übertreiben und zu sehr deine Fiktiche über sie legen und hysterisch reagieren, wenn sie mal auch ihre eigenen Sachen machen will. Aber wenn sie dann schon auch mal solche Ausfälle hat, ist es natürlich verständlich. Ja, richtig. Und aus diesem Grund gehe ich auch ungern mit ihr weg. Wir sind irgendwo zusammen in irgendeinem Bistro, in irgendeiner Diskothek oder sonst wo. Und irgendeiner spricht sie an und unterhält sich mit ihr und ich sage dann irgendwann, pass auf, jetzt ist gut, bis hierhin und nicht weiter. Aber eigentlich ist es ja schon beschissen, dass du das sagen musst. Ja, natürlich. Eigentlich müsste sie ja das sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und du müsstest eigentlich Vertrauen in sie haben. Richtig. Es ist okay so. Richtig. Aber das Vertrauen ist missbraucht und gebrochen durch die Vorfälle, meinst du? Richtig. Zweimal jetzt. Und ja, ich weiß nicht. Also für mich, ich bin, was das angeht, eben etwas strenger und sage dann bis hier und nicht weiter. Und sie denkt dann, ah, einen können wir noch, einen können wir noch. Da ist ja noch ein bisschen. Vielleicht macht sie es aber auch ein bisschen aus Trotz. Vielleicht fühlt sie sich dazu sehr eingeengt von dir. Kann das sein? Nein, auf keinen Fall. Sie hat alle Freiheiten. Also sie weiß ganz genau, wenn sie weggehen möchte mit irgendwelchen Leuten, mit ihren Freundinnen oder irgendeinen. Alles kein Problem. Sie darf alleine weggehen. Richtig. Habe ich nie was dagegen gehabt. Ja, ist ein Problem, was euch wahrscheinlich immer wieder begleiten wird und immer wieder bei euch sein wird. Ja, ja. Leider. Andererseits ist es natürlich auch eine tolle Sache, wenn man so eine attraktive Freundin hat, ist man ja auch stolz drauf, rauszugehen und sagen, hier Leute, das ist meine Freundin. Ja, natürlich, aber es bringt mir nichts, wenn ich sagen kann, hallo, das ist meine Freundin hier und da bin ich stolz drauf, wenn sie die Grenze nicht kennt, wenn sie nicht weiß, wo sie selbst gehen kann. Bist du denn in den Jahren ihr immer treu geblieben? Ja. Absolut. Absolut, zu 100 Prozent. Das ist natürlich gute Karten, jetzt ihr gegenüber, wenn sie zweimal eben untreu war. Ja, das eine Mal schiebt sie davon auf den Alkohol. Da hätte sie was getrunken gehabt und sollte eigentlich nicht so weit kommen. Das ist aber nun mal passiert. Ja, und beim zweiten Mal ist es halt so passiert. Also da konntest du mir keinen genauen Grund vernennen. Dennoch, Andi, ich glaube, das Problem ist ihr vollkommen bewusst. Und ich glaube, dass es gut ist für dich, wenn du ein bisschen gelassener an die Sache rangehst. Wenn du nämlich das immer und immer wieder forcierst und Druck machst und thematisierst, glaube ich nicht, dass es gut ist für eure Beziehung. Natürlich nicht. Dadurch gibt es oft Streit. Ja, klar. Ein bisschen Gelassenheit, mehr Souveränität. Und wenn es dann nochmal passiert, na gut. Dann ist es halt ein Beweis, dass sie auch nicht so ganz zu dir steht. Aber vielleicht ist es ganz gut, wenn du ein bisschen noch zurückgehst. Ja, ich weiß es nicht. Also ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie ich mich da weiter verhalten soll oder was ich da machen kann, weil ich Angst habe, wenn ich den Druck nachlasse. Wie lange muss ich warten, bis es das nächste Mal passiert? Ja, ich glaube, es ist viel gefährlicher, wenn man den Druck erhöht, dass dann irgendwas kaputt geht. Mein Lieber, also deine Freundin ist das Lustobjekt zu unserem Thema. Danke für deinen Anruf und euch beiden alles Gute. Ich bedanke mich. Tschüss. Tschüss. Marc. Hallo Marc, 22. Brumjern. Ja, also ich bin Sockenfetischist. Das ist mein Lustobjekt. Socken. Frauensocken. Frauensocken? Ja. Egal welche Socken. Oder weiße Frotte-Socken oder sowas. Ja, ne, da leg ich mich eigentlich nicht fest. Es kommt mir eigentlich nur auf die Füße an, also der Frau, die die Socken tragen. Also es können auch Strumpfhosen sein von Frauen? Ja, klar, das geht auch. Also Strumpfe von Frauen? Strumpfe von Frauen, genau. Du bist ein Strumpfetischist. Müssen die Strumpfe getragen sein? Ja, auf alle Fälle. Also ein neugekaufter Frauenstrumpf macht dich nicht an? Ne, ne, das nicht. Also die müssen schon etwas riechen auch. Wie kommst du denn an diese getragenen Strumpfe von Frauen? Ja, also wie gesagt, ich habe in meiner Bekanntschaft, da habe ich einige Frauen darauf angesprochen und ein paar haben mir auch welche gegeben, aber ich denke mal eher wahrscheinlich aus Mittlerheit, ich kann es nicht sagen. Ja, das ist natürlich auch schon kurios, wenn du sagst, schenkt mir doch mal eure möglichst lange getragenen Socken. Ja, klar, nein, ich mache das dann schon ein bisschen. Also ich rede vorher mit denen, ist ja klar. Wenn du dann von einer schönen Frau die getragenen Socken bekommen hast, was machst du dann mit diesen Socken? Ja, da gehe ich erstmal heim, lege mich ins Bett und also gehe ich erstmal, wie soll ich sagen, eine Zeit lang an denen und das macht mich an. Und das endet dann wahrscheinlich in einer Selbstbefriedigungsorgie. Ja, meistens, also eigentlich immer. Hast du eine Freundin? Nein. Hattest du mal eine Freundin in längere Zeit? Jein, also die kam bisher mit meinen Fantasien nicht so zurecht, mit meinem Sockenfetisch. Ja, da wollte ich jetzt auch wieder aus. Ja, also die meisten, also eigentlich alle Freundinnen, fanden das nicht so gut. Deswegen habe ich mich dann auch von denen getrennt. Ja, es ist immer so eine Frage, ich habe oft Leute, die einen Fetisch haben, hier bei mir in der Sendung. Wie stark ist der Fetisch? Ist das unbedingt notwendig, wenn du jetzt eine nette Frau kennenlernst und dich verliebst, dass du dieses mit in die Sexualität einbaust? Oder kannst du auch sagen, okay, ich liebe die Frau so, wenn die nicht drauf steht, ich kann auch ohne? Schwer, also das müsste dann wirklich schon eine sehr große Liebe sein, also ich bedarf eigentlich meiner Socken. Also dann stehst du, glaube ich, in einem großen Problem, ne? Ja, schon, aber ich warte immer noch auf die richtige Frau, ich hoffe, dass die noch gerne werden. Aber auch so für so ein unverbindliches Sexualleben ist das ja auch sehr schwierig, wie du gerade schon sagtest, überhaupt dann an den Gegenstand deines Begehrens zu kommen. Ja, auf alle Fälle, also ich bin auch noch nicht so weit, dass ich mich jetzt traue, einfach Frauen auf der Straße anzusprechen. Leider, vielleicht sollte ich das mal irgendwie... Es gibt ja im Internet alle möglichen Foren und Treffpunkte. Hast du da nicht schon nach Gleichgesinnten mal gesucht? Ja, habe ich auch schon gemacht, aber bist ja eigentlich erfolglos. Oder man wird halt meistens, wie soll ich sagen, verarscht, also nicht so ernst genommen. Also die Sendung geht zu Ende, dein Lustobjekt sind getragene Frauenströße. Okay, hey Domian, eine Frage noch. Was macht eigentlich der Elch da hinten, dieser Beleuchtete? Was der da macht, der steht einfach zu eurer Belustigung da. Ach, zu unserer Belustigung? Ich habe gerade, der hat irgendwie einen tieferen Sinn oder so? Nein, nein, den habe ich geschenkt bekommen von einem Kollegen und er macht sich auch gut vor dem blauen Hintergrund, ne? Achso, ja klar, der ist wohl der Schöne. Damit ihr ihn nicht immer zu mich angucken müsst. Dann könnt ihr auch immer den weißen Elch angucken. Er hat doch auch ein echter Blickfang, doch. Ja, genau. Es ist übrigens ein Hirsch. Okay. Wir müssen Schluss machen. Tschüss, Marc. Ciao. Tschüss. Ehrtechnik, Kerstin Klinger und Hans-Jürgen Wilde. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live sind wir wieder da und im WDR Fernsehen mit einer offenen Telefontalkshow. Dann könnt ihr mich wieder anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne live hier in der Sendung mit mir reden wollt. Ihr könnt auch morgen wieder wie immer ab 0 Uhr hier bei uns schon anrufen. Da sind die Leitungen geschaltet. Ich wünsche euch eine sehr schöne, gute Nacht und sag bald bei und ciao. Bis morgen.